Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog. Schön, dass du wieder dabei bist und bestimmt erinnerst du dich noch vor ziemlich genau zehn Monaten habe ich folgendes Video hier bei YouTube veröffentlicht. Da ist das Ding. Ne, warte mal eben. Da ist das Ding. Das Universal Audio Volt 276, ein brandneues USB-Audio-Interface für den Einsteigermarkt vom Erfinder des 1176-Kompressors. Universal Audio brachte im November 2021 mit der Volt-Serie endlich auch erschwingliche Audio-Interfaces auf den Markt, die trotzdem den berühmten Universal Audio Sound ins kleine Studio bringen sollten. Haben sie auch. Mit Vintage-Preamp-Schaltung mit drei verschiedenen Kompressor-Presets auf 1176-Basis für die Mikrofone und das Ganze charmant am Auge verpackt im tageslichttauglichen Desktop-Gehäuse. Aber wo Licht ist, da ist auch Schatten und so kamen relativ schnell unter dem Video ein paar Fragen und Wünsche auf, welche Features und Ausstattungsmerkmale den Volt-Interfaces aus deiner, also aus Nutzersicht zu fehlen scheinen. Ich bilde mir ja ungern etwas auf mich persönlich ein, aber auf dich und die Recording-Log-Familie, da lasse ich nix kommen. Und Universal Audio wohl anscheinend auch nicht, denn die Wünsche wurden weitgehend erhört. Universal Audio erweitert nämlich jetzt die Volt-Serie nach oben und bringt mit dem Volt 4 und mit dem Volt 476P hier unten drunter noch verpackt. Zwei größere Audio-Interfaces, um die es hier und heute auch gehen soll. Und ich bin sehr stolz, denn die YouTube-Premiere hier, die YouTube-Deutschland-Premiere der neuen Volts findet zum ersten Mal exklusiv im Recording-Blog statt. Und das liegt nicht an mir, sondern das liegt natürlich an dir und an euch. Also danke für die tolle Unterstützung, die vielen Kommentare und auch den einen oder anderen Kaffee, den du mir schon über den Super-Thanks-Knopf und den Mitglied-Werden-Knopf unter jedem Video ausgegeben hast. Deutschland-Premiere klingt schon ziemlich groß, ne? Deutschland-Premiere also. Und damit das hier nicht nur eine trockene Produktvorstellung wird, in der ich dir einfach nur die neuesten Neuigkeiten herunterbete, habe ich natürlich auch für dich aufgenommen. Wir hören uns also gleich nochmal eine Singer-Songwriter-Aufnahme mit vier Mikrofonen direkt aus meinem Wohnzimmer hier nebenan an und vergleichen mal, was das Vintage-Tone-Shaping, also die 610er-Preamp-Simulation im Sound für einen Unterschied machen kann. Und du hast richtig gehört, vier Mic-Preamps, denn wie du wahrscheinlich schon erraten hast, hat das große 476P vier Mic-Preamps mit an Bord. Das kleinere Volt 4 dagegen hier oben nur, in Anführungszeichen, nur zwei Mic-Preamps mit 610er-Vintage-Schaltung und zwei zusätzlichen Line-Eingängen hintendran nochmal, aber dazu dann gleich nochmal mehr, sind aber auch insgesamt dann vier also. Und als wenn die Wohnzimmer-Session noch nicht genug wäre, hören wir zusätzlich auch nochmal in eine echte Schlagzeugaufnahme rein, mit vier Mikrofonen aufgenommen und getrommelt von, sitzt du, getrommelt von niemand Geringerem als meinem lieben Freund, Mastering-Engineer und Podcast-Partner, den goldenen Ohren von Holtwig, Björn Schlüter aus dem Storia Mastering-Studio. Bei dem haben wir übrigens auch aufgenommen. Hierbei vergleichen wir dann mal den Sound einer Aufnahme ohne jegliche Volt-Besonderheiten, also ohne 610er-Preamp und 1176-Kompressor, mit einer Aufnahme, bei der nahezu alle Knöpfe aktiviert waren. War also richtig schön bunt im Studio. Sprungmarken zu den einzelnen Kapiteln sind übrigens hier unten in der Zeitleiste von YouTube eingepflegt und zu finden und weil es gleich zwei neue Audio-Unterfaces mit der 4 vorne gibt, fangen wir doch erstmal mit dem 476P hier vorne an. Dann gibt es die Unterschiede zum etwas günstigeren Volt 4 und das möchte ich noch vorne wegschicken. Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Also sollte ich irgendwelche Merkmale vergessen haben? Sorry, aber wie sage ich immer so schön, ich bin keine Bedienungsanleitung, sondern einfach nur jemand, der was zeigt. Und jetzt starten wir mit der 4. 476P, das lässt sich auf einiges schließen und ich würde sagen, wir schauen uns als erstes mal die Verpackung von 476P an, denn was da draufsteht, verrät natürlich auch meistens, was drin ist. Also schauen wir mal, hier steht Best in Class Audio Qualität, also die beste Audio Qualität in der Interface Klasse. Dann Vintage Mic Preamp, habe ich schon gesagt, Bild in 1176-Kompressor, habe ich auch schon gesagt, Full Suite of Audio Software included. Also Software ist auch noch dabei, du kannst direkt also starten. Schauen wir mal hier auf die Seite, was da steht. Hier steht UAD Spark, das ist das neue Angebot von Universal Audio, wo die Plugins, die normalerweise nur auf den DSPs laufen, wo die dann in so einem Monats-Abo quasi angeboten werden. Dazu verrate ich dir aber gleich noch ein Highlight zu den Audio Interfaces noch direkt, aber das hier ist auf jeden Fall schon mal 30 Tage kostenlos mit dabei. Dann gibt es Ableton Live von SoftTube. Ich blende dir hier nochmal alles ein, was dabei ist. Und die wichtigsten Features hier auf der rechten Seite sind eigentlich die, die jeden User interessieren, nämlich wie schnell du das eigentlich in Betrieb nehmen kannst, das Audio Interface. Und hier steht, dass es am Mac und am PC auf jeden Fall funktioniert, dass ein USB-Kabel dabei ist, dass auf Intel und AMD Macs und PCs es läuft. Also Macs gibt es ja mit AMD gar nicht, aber die M1, da scheint es dann auch zu laufen. PC Windows, dann Intel Mac und so weiter und so fort. Und dann gibt es auch noch eine Internetverbindung, die gebraucht wird für die Software, die du dir natürlich runterladen musst. Denn hier ist natürlich kein Datenträger dabei. Hier geht es um Umweltschutz, damit keine Datenträger mehr einfach nur für eine Software mitgeliefert werden. Wird das natürlich dann alles per Download gemacht. Früher hätte man gesagt, is it a bug or is it a feature? Also ist es ein Fehler oder ist es ein Merkmal, ein besonderes? Sagen wir mal, es ist ein Beitrag zum Umweltschutz bei der ganzen Geschichte. Und hier steht auch noch, dass es Class Compliant ist, dass es also direkt auch am iPhone und am iPad funktioniert. Android weiß ich nicht, müsste man mal ausprobieren, aber zumindest scheint es da zu funktionieren. Und ich habe das Ganze jetzt hier vorher schon mal ausgepackt und darf jetzt schon mal ein kleines in Anführungszeichen Manko schon mal versprechen, dass das ganze Ding hat. Denn das Kabel, was da mitgeliefert wird, das ist ein USB-A zu USB-C Kabel. Und ich zeige mal hier in diese Kamera rein, was dem ganzen Paket zu fehlen scheint. Und ich hoffe, dass Universal Audio das vielleicht nochmal nachreicht hier. Das hier ist nämlich ein Stecker, der USB-A auf USB-C konvertiert. Denn dieser Stecker ist notwendig, wenn ich dieses Audio Interface an meinem neuen M1 Mac, also an meinem MacBook Pro betreiben möchte. Das hat nämlich keine USB-A Ausgänge mehr. Das heißt also, falls du dieses Interface dir kaufst und es direkt anschließen möchtest an deinen neuen Mac, den du dir gekauft hast, dann solltest du so einen USB-A auf USB-C Adapter schon mal dabei haben. Das aber nur am Rande. Jetzt machen wir es mal auf. Und ich hole mal das 1176P hier raus. Wie gesagt, ich hatte vorher schon mal reingeguckt, aber jetzt tun wir mal so, Trommelwirbel, als wenn das jetzt das erste Mal wäre, dass ich das auspacke. Und hier ist so eine kleine Lasche dabei, mit der man ziehen kann. Das ist schon mal gut. Ich hoffe, dass ich es nicht kaputt mache irgendwie. Ich muss das ja auch noch wieder zurückgeben. Und da haben wir hier erstmal eine schöne Verpackung, muss man wirklich sagen. Und wenn wir es mal aufmachen, gucken, ob es uns entgegenfällt. So. Hier oben steht Welcome to Volt. Kann man das sehen? Muss ich mal hier reinhalten. Welcome to Volt steht da. Und dann kann man mit dem QR-Code direkt mal zu den Jungs hingehen. Ich mache mal auf. Und da. Guck mal. Wie ich es schon beim letzten Mal erwähnt habe, keine extra Plastikverpackung drumrum. Ich meine, warum auch? Das ganze Ding ist in Schaumstoff eingepackt. Warum soll man da eine Verpackung drumrum machen? Also hier 1176. Holen wir es mal raus. Mal kurz gucken, was dahinter sich noch versteckt hinter dieser schönen Verpackung. Das ist wirklich geschmackvoll gemacht. Mal gucken. Hier. Ah ja, hier ist das Netzteil. Das ist einer der größten Unterschiede, glaube ich, auch direkt von dem 476p und von dem Volt 4. Denn die laufen jetzt nicht mehr Bus-Power. Das heißt, du kriegst zwar Strom ins Audio-Interface rein, es wird aber nicht erkannt vom Computer. Deswegen musst du auf jeden Fall ein Netzteil anschließen. Naja, irgendeinen kleinen Tod muss man ja wahrscheinlich sterben. Das ist das Problem, wenn man so viele Features dann in so ein Interface reinpackt und vier Mic-Preamps dann mit einer Phantomspeisung aus einem ganz normalen 5-Volt-Kabel vom PC zu versorgen, ist wahrscheinlich auch nicht wirklich so drin. Und hier ist das Kabel, von dem ich gerade schon gesprochen habe. Da kannst du es auch sehen. Irgendwie da ist USB-C auf USB-A. Und das ist das Kabel, was dabei ist. Jetzt muss hier also noch dieses Interface drauf, damit du hier, dieser kleine Stecker drauf, damit du das dann an dein MacBook anschließen könntest. Das als kleiner Mangel dabei. Aber da stellt man manchmal fest, die Ingenieure sind dann auch nicht so tief drin, dass sie alle Teilbereiche bedenken. Und wer kann das schon? Ich meine, wer hat schon mal jeden Teilbereich bedacht, der zu einem Audio-Interface oder zum Anwender gehört? Also hier Adapter auf jeden Fall nicht vergessen. Ich mache hier mal wieder das ganze Ding zu. Angeschlossen habe ich das ja schon mal an dem Rechner für die Aufnahme, die wir uns gleich angucken. Und jetzt gucken wir mal hier auf das Audio-Interface drauf und sehen erst mal hier, ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, Tageslicht, Tauchlicht auf jeden Fall. Und jetzt haben wir hier direkt auf dem, wir haben drei verschiedene Seiten, die wir uns angucken können. Wo fangen wir an? Wir fangen am besten mal hier vorne an. Also ich zeige es dir mal hier vorne. Wir haben hier die Mikrofoneingänge. Da sind die Mikrofoneingänge, vier Stück an der Zahl. Und du kannst für alle natürlich auch hier noch umschalten. Das sind Kombobuchsen, kannst du hier umschalten, dass es hier auf Instrument umgeschaltet wird. Hier vorne ist die 48 Volt Phantomspeisung. Die kannst du dann direkt da einstellen. Wie gesagt, vier Kanäle. Und die Phantomspeisung gilt dann für alle Mikrofoneingänge. Das kann ein bisschen kritisch werden, wenn du Mikrofone hast, ältere Mikrofone vielleicht, die nicht so gut auf Phantomspeisung reagieren, dabei sogar kaputt gehen könnten. Dann darfst du die im Idealfall hier nicht dran stecken, zusammen mit Phantomspeisungsmikrofonen, weil dann könnte entweder das Interface oder aber dein Mikrofon Schaden nehmen. Das nur aber nur als kleiner Hinweis am Rande, weil mir das mal passiert ist und deswegen mit alten Mikrofonen aufpassen. Neuere Mikrofone, egal ob dynamisch oder undynamisch sowieso, also Kondensatormikrofone sowieso nicht, aber dynamische Mikrofone sollten da eigentlich keine Probleme haben, wenn eine Phantomspeisung hier auf dem Kabel drauf liegt. Und im Idealfall hast du keine selbstgelöteten Kabel, weil wenn man sich da mal vertan hat beim Verdrahten, dann kann da auch ein Problem existieren. Also hier 48 Volt Phantomspeisung, dann die Instrumentenschaltung und hier auf der anderen Seite sehen wir noch eine Besonderheit vom 476p. Das ist die Möglichkeit, hier zwei Kopfhörer anzuschließen. Und im Gegensatz zum Vierer, zum ganz normalen Vierer, dass ich mal darüber halte, siehst du, dass hier nur ein Kopfhörerausgang ist. Also das 476p hier auf jeden Fall im Vorteil, vor allem dahingehend, weil ich bei der Aufnahme für die Schlagzeugsachen zum Beispiel gleich das hören konnte, was Björn dann auch auf dem Ohr hat. Das heißt, wir haben beide gleichzeitig den gleichen Mix gehört, der hier über das 476p abgespielt wurde, konnten beide das gleiche abhören. Beim Vierer müsstest du das hinten über einen der Lineouts hier hinten generieren, aber da gucken wir gleich nochmal zusammen drauf auf die Rückseite, die wir hier zur Verfügung haben. Also vier Eingänge hier auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal hier oben auf das Desktop-Gehäuse, gucken, dass wir es so hinstellen, dass es nicht kaputt geht. Ich will es auch nicht verkratzen. Also wir haben hier, kann man das sehen? Ja, wir haben hier auf jeden Fall vier Knöpfe dann, mit denen du die Preamps regeln kannst. Wir haben hier, kann ich das unter Strom stellen? Da können wir es vielleicht sogar mal anmachen. Ich stelle es mal unter Strom, dann können wir sogar die Knöpfchen drücken. So, also Knöpfchen gehen an. Machen wir mal alle aus und dann erzähle ich hier kurz was dazu. Also wir haben hier für die einzelnen Preamps natürlich das Gain. Wir haben hier dann die Vintage-Schaltung, die du hier anmachen kannst. Und dann haben wir darüber die verschiedenen 1176 Presets. Wir haben hier einmal ein Setting für Vocals. Wir haben ein Setting für Gitarre, ein Fast-Setting. Das ist einfach einen schnellen 1176. Ich meine, der ist eh schon ein sehr schneller Kompressor, aber das dann nochmal ein bisschen schneller stellt. Und dann natürlich wieder aus. Und dann gibt es hier noch eine Besonderheit, die gab es auch beim 276 schon, dass es hier einen Mono-Schalter gibt. Wenn du mit diesem Audio-Interface aufnimmst, dann sind ersten, zweiten und der dritte und der vierte Kanal erstmal beim Monitoring links und rechts geschaltet. Das heißt, wenn du deine Stimme hier auf eins stecken würdest hier und deine Gitarre auf zwei, dann würdest du die Stimme auf links hören und du würdest die Gitarre auf rechts hören, was natürlich unscharmant beim Aufnehmen sein kann. Kann man sich daran gewöhnen, muss aber nicht sein. Drückst du einfach hier auf den Mono-Schalter und schon sind alle Kanäle jetzt hier plötzlich Mono in die Mitte gestaltet. Kleines Manko wiederum meinerseits aus Anwendersicht. Ich hätte gerne das zum Umschalten gehabt, sodass ich entweder hier die beiden auf Mono schalten kann, die beiden auf Mono schalten kann oder alle auf Mono schalten kann. Du wirst dir schon ungefähr vorstellen können, was ich meine. Wenn ich zum Beispiel eine Aufnahme im Wohnzimmer gemacht habe oder auch bei einem Schlagzeug, dann hätte ich gerne die Bassdrum und die Snare beim Schlagzeug zum Beispiel Mono in der Mitte, aber die Overheads hätte ich gerne Stereo. Wenn ich jetzt aber hier auf Mono drücke, dann sind alle Mono und dann klingt das Schlagzeug ein bisschen kleiner, als es bei der Aufnahme eigentlich sollte. Wohnzimmeraufnahme das gleiche. Ich hatte zwei Raummikrofone Stereo aufgestellt. Hätte ich gerne Gitarre und Gesang in der Mitte gehabt und die beiden Raummikrofone in Stereo. Ging aber nicht, aber vielleicht kann man das ja nochmal nachrüsten. Da kleine Bitte an Universal Audio da vielleicht nochmal nachzubessern. Vielleicht kann man das auch umschaltbar machen. Hier so, wie das bei einem 276 gewesen ist, wo man da umschalten konnte zwischen verschiedenen Modi. So, das haben wir dann an der Stelle und dann haben wir hier noch die Ausgangssektion. Hier haben wir zwei Monitorknöpfe für den Eingang. Das heißt, du kannst ja auch entscheiden, welche von den Eingängen du hier im Direct Monitoring bei der Aufnahme auf dem Ohr hören möchtest. Und dann kannst du hier drunter noch die Ausgänge schalten. Und zu den Ausgängen kommen wir vielleicht nochmal. Hier noch ein dicker Masterknopf, der auch relativ schwergängig ist, also auch das Gefühl von Wertigkeit vermittelt. Und jetzt gucken wir mal, ich mache den Strom mal wieder ab, gucken wir nochmal von hinten drauf, was wir hier zur Verfügung haben. Das mache ich mal in dieser Kamera hier. Hinten drauf sehen wir, dass wir hier noch ein paar Ausgänge haben, nämlich ein paar Line-Ausgänge und natürlich die Monitor-Ausgänge. Passend dazu dann noch zwei MIDI-Anschlüsse. Die MIDI-Anschlüsse finde ich übrigens sehr gelungen, weil MIDI, finde ich, ist eigentlich unterschätzt. Es gibt zwar heutzutage jede Menge Software-Instrumente und auch USB, Keyboards und so weiter. Aber mit MIDI kannst du einfach alles anklemmen, egal ob es Keyboard ist, Synthesizer, sonst was irgendwie. Daneben noch die USB-C-Buchse hier vorne, dann der Stromeingang und ein An- und Ausschalter. Darüber noch ein Kensinken-Lok. Das ist eine Verbindung, mit der du da ein Drahtseil dran machen kannst, damit es nicht geklaut wird. Also wenn du damit auf Produktion sein solltest, kannst du das auch irgendwo mal stehen lassen, wenn du es mit einem Kensinken-Lok festmachst. Soweit zu den Standard-Features. Das 476P. Auch ein schönes Gehäuse, finde ich. Also es ist wirklich auch sehr wertig. Fühlt sich auch wirklich sehr wertig an hier oben. Das ist gebürsteter Stahl, würde ich sagen. Es ist auch wirklich nicht leicht. Schönes Logo oben drauf. Und auch hier haben wir natürlich einige Eingänge. Gucken wir mal hier in dieser Kamera hier rein. Also wir haben hier die Eingänge für die Mikrofone. Wir haben hier dann jeweils die Gain-Regler für die einzelnen Mikrofone. Daneben die Vintage-Schaltung hier. Dann haben wir hier die Instrumentenschaltung. Auch hier bei den Combo-Buchsen kannst du also dafür sorgen, dass du hier ein Instrumentenkabel anschließt oder dass du hier ein Line-Gerät anschließt. Das wird automatisch erkannt, das Line-Gerät oder das Mikrofon. Und dann eben umschalten auf Instrument, wenn du ein Instrument daran anschließen solltest. Daneben dann nochmal die passenden Buchsen für die Phantomspeisung darüber. Was ist hier? Also die Phantomspeisung. Drunter der Monoknopf, wenn ich mich nicht täusche. Ich kann es so in der Kamera gar nicht sehen. Genau, der Monoknopf. Und dann gibt es auch hier wiederum die Monitor-Sektion, in der du genau wie beim 476P hier oben dann sagen kannst, was du auf dem Ohr hören möchtest und vor allem, was auch hinten rausgegeben wird. Dann hier noch der dicke Knopf an der Stelle, mit dem du laut und leiser machen kannst. Hier auf den Monitoren. Das ist aber nur für die externen Monitore. Und wie gesagt, der eine Kopfhörerausgang. Da unterscheiden sich jetzt die beiden. Also wir haben einmal das 4er und einmal das 476P. Beides großartige Interfaces auf jeden Fall. Ich habe in beide reingehört. Und ehrlich gesagt, wüsste ich mich jetzt nicht so richtig zu entscheiden, ob ich die 1176 Schaltung brauche. Sie ist hin und wieder auf jeden Fall extrem nützlich, wie wir es gleich auch hören werden bei der Schlagzeugaufnahme. Und hin und wieder auch einfach mal, wo ich sagen würde, nee, ich würde den Kompressor gerne erst hinterher integrieren. Aber Geschmackssache auf jeden Fall. Ich finde, es ist kein Must-Have, aber es ist ein very nice to have. Also ein Feature, auf das ich ungern verzichten möchte, wenn ich es nicht an Bord habe. Ich möchte nur einfach entscheiden können, ob ich bei der Aufnahme wirklich den 1176-Knopf drücke oder eben nicht. Aber das bleibt ja, wie gesagt, jedem selbst überlassen. Das Wichtigste eigentlich persönlich finde ich, wenn du andere Leute auch aufnimmst, sind die beiden Kopfhörerausgänge, die du hier hast. Auch wenn man sie nicht einzeln bespielen kann, also nicht sagen kann, ein Kopfhörermix auf den einen Kopfhörerausgang und auf den anderen. Vielleicht kann man das auch noch mit einem Software-Update beheben. Aber in diesem Fall wäre das tatsächlich jetzt nicht so ganz so zwingend. Aber klar, also ist schon nervig, wenn du dem Drama seinen Mix gibst mit einem Klick und wenn du beim Abhören aber den Sound vom Schlagzeug beurteilen willst und da gleichzeitig auch den Klick drauf hast. Aber auch da, der Teufel liegt im Detail. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal rein in die Session und hören uns einfach mal an, wie das Ganze eigentlich klingt. Bevor ich es noch vergesse zu erwähnen, ganz am Anfang in dem Telefonat habe ich ja gesagt, dass du keine Universal-Audio-Plugins auf den Volt-Interfaces laufen lassen kannst. Das stimmt auch soweit, weil ja keine DSPs an Bord sind. Aber mit dem neuen Spark-Service von Universal-Audio kannst du ja trotzdem einzelne ausgewählte Plugins schon auf deinem ganz normalen Rechner fahren. Und als wenn das noch nicht genug wäre, gibt Universal-Audio exklusiv für die Volt-Serie jetzt das LA-2A-Bundle dazu. Also den älteren Bruder vom 1176-Kompressor quasi als Plug-In-Serie über verschiedene Geräte nachempfunden quasi als Paket den Volt-Audio-Interfaces dazu und legt noch die Pure-Plate dazu, einen Plattenhall, der auch seinesgleichen sucht und eigentlich nur so auf der Universal-Audio-Plattform zu finden ist. Beide exklusiv, beide dauerhaft. Du brauchst kein dauerhaft laufendes Spark-Bundle, um die beiden zu nutzen, sondern kannst sie behalten, ob du bei Spark bist oder bei Spark bist nicht. Nicht bis, aber 30 Tage darfst du ja eh reinschnuppern in den Spark-Service. Und da bin ich mal gespannt, was du davon hältst. Kannst ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie dir das gefällt. Die Plugins laufen also wirklich nur hier auf den Volt und mit den Volt, weil du sie nur dazu kriegst. Und jetzt schauen wir mal rein in die Wohnzimmer-Session. Los geht's. Vier Mikrofone für Singer-Songwriter. Wofür braucht ein Singer-Songwriter vier Mikrofone? Ich meine Gitarre, Gesang und dann. Aber wenn du den Raum zum Beispiel mit aufnehmen möchtest, dann sind zwei weitere Mikrofone durchaus gut angebracht. Und in meiner Aufnahme war es jetzt für den Gesang ein Elektro-Voice RE20. An der Gitarre war es ein AKG 451er. Und als Overheads im Raum quasi direkt über mir drüber habe ich die SP1 von Universal Audio genommen. Und du siehst schon, das ist eine richtig kleine Werbeveranstaltung hier schon für Universal Audio. Was kann ich denn dafür? Das waren die Overheads-Mikrofone. Wir hören mal kurz in die Aufnahme rein. Ein Klassiker von Bob Dylan. Ich mag diesen Song einfach und deswegen nehme ich ihn halt auch so unfassbar gerne auf. Aber wie gesagt, zweimal aufgenommen jetzt hier für die Session. Einmal mit der 610er Preamp-Simulation und einmal ohne. Weil ich bin ja der Meinung, dass man so feine Unterschiede in Preamps oder auch in Mikrofonen besser hören kann, wenn sich das über verschiedene Signale addiert. Das heißt, vielleicht kann man bei einem einzelnen Mikrofon A-B-Test, der eine oder andere hört den Unterschied vielleicht, der andere vielleicht nicht. Und wenn das Ganze dann auf vier Kanälen verteilt wird, ist es vielleicht ein bisschen eindeutiger. Deswegen hören wir uns jetzt einfach mal kurz in der Session hier an, wie das einmal mit und einmal ohne die 610er Preamp-Simulation klingt. Und nur zur Erklärung kurz vorneweg. Ich habe hier bei den Raum-Mikrofonen nur die Panoramas angepasst, also links, rechts, außen. Und habe die Gitarre um zwei dB leiser gemacht. Andere Bearbeitungen haben tatsächlich nicht stattgefunden. Das gleiche natürlich auch bei der Aufnahme, die ich ohne die 610er Preamp-Simulation gemacht habe. Auch da links und rechts einfach ein Panorama und die Gitarre zwei dB leiser. Jetzt hören wir uns mal den Unterschied an und ich bin mal gespannt. Du kannst ja mal deine Meinung unten in die Kommentare reinschreiben oder schreiben, welche Variante dir besser gefallen hat. Ob dir vielleicht ein Unterschied aufgefallen ist und wenn ja, welcher Unterschied dir aufgefallen ist. Aber jetzt hören wir erstmal A-B. Ich mache zunächst einmal die 610er Variante rein und dann schalte ich um auf die andere. I should have left this town this morning But it was more than I could do Oh, your love comes on so strong And I've waited all day long For tonight When I'll be staying here with you Is it really any wonder A love that a stranger might receive You cast your spell And I went under And I find it so difficult to leave Ich gebe zu, ich habe ein kleines bisschen unterschiedlich dynamisch auf der Gitarre gespielt, aber trotzdem sind die Unterschiede für mich ganz klar hörbar, denn die Variante mit dem 610er Preamp drauf klingt insgesamt ein bisschen luftiger, aufgeräumter und insgesamt in den Höhen ein kleines bisschen gefälliger, wohingegen die Variante ohne den 610er Preamp ein bisschen bedeckter klingt. Das muss nicht schlecht sein, sondern ganz im Gegenteil. Wenn man zum Beispiel die Gitarre, die ich hier gespielt habe, jetzt ein bisschen mehr hinter den Sänger stellen möchte, dann ist es gut, wenn er weniger Höhen hat. Das heißt also, die beste Kombination für diese Aufnahme wäre wahrscheinlich gewesen 610er Preamp auf dem Raum drauf, 610er Preamp auf der Stimme drauf, aber auf der Akustikgitarre nicht. Dadurch wird sie automatisch ein bisschen akustisch hinter den Sänger gerückt und das kannst du ja direkt bei der Aufnahme quasi gestalten. Ich finde also, dass es durchaus eine Berechtigung hat, 4 Mikrofone aufzunehmen für einen Singer-Songwriter. Wir haben den Raum, Gesang und wir haben die Gitarre aufgenommen. Und damit wir jetzt auch anhören können, was die anderen unterschiedlichen Schaltungen machen, gehen wir nochmal direkt rüber in die Schlagzeugaufnahme, denn da werden die Unterschiede zwischen den Features vom Volt nochmal deutlicher. Denn das Schlagzeug ist die klassische Disziplin für Aufnahmen mit 4 Mikrofonen. Wir haben ein Bassdrum, ein Snare und zwei Overhead-Mikrofone. Natürlich kann man noch mehr Mikrofone aufnehmen, aber die 4 sind die Klassiker und da ist es natürlich angebracht, dass man dann auch ein Audio-Interface hat, mit dem man eben 4 Mikrofonsignale aufnehmen kann. Und genau das haben wir auch gemacht. Wir sind bei Björn im Studio gewesen, haben 4 Aufnahmen gemacht, also wir haben mehrere Aufnahmen gemacht, aber wir haben 4 Mikrofone aufgestellt. Eins für die Bassdrum, das war ein Shure Beta 92a direkt, eine Grenzfläche direkt in der Bassdrum drin. Wir haben ein SM57 an der Snare gehabt und die SP2 wieder von Universal Audio als Overhead dieses Mal. Und wir hören uns mal den kompletten Unterschied jetzt von den beiden Aufnahmen an. Zum einen einmal komplett unbearbeitet, das heißt kein Knöpfchen war gedrückt am Volt-Audio-Interface. Wir haben also keine Preamp-Simulation, keinen Kompressor gehabt und bei der zweiten Aufnahme haben wir dann verschiedene Knöpfchen gedrückt. Ich habe die Bassdrum mit dem, ich habe erstmal alle Signale mit dem Preamp schon mal ein bisschen verschönert und dann habe ich die Bassdrum unkomprimiert gelassen. Die Snare habe ich auf das Vocals-Preset gestellt, weil es gibt kein Snare-Preset, also habe ich das Vocals-Preset genommen und die beiden Overheads habe ich auf Fast gestellt, damit da keine Transienten oder so durchschlagen, damit also der Kompressor da ein kleines bisschen schon vorkomprimieren kann. Den Unterschied hören wir uns jetzt am besten mal an. Also das hier ist die Schlagzeugaufnahme von meinem Song Sommer Sonnenfänger, die mir mein lieber Freund und Mastering-Ingenieur Björn Schlüter eingetrommelt hat. Los geht's! Du hörst direkt mal bei der Bassdrum ändert sich jetzt nicht so viel. Ja, da war auch kein Kompressor-Preset drauf, das heißt der Unterschied war da tatsächlich nur, ob der Vintage-Preamp an ist oder nicht, da der aber vor allem ein bisschen mehr Luftigkeit und Höhen reinbringt. Gefühlt für mich persönlich ist der Unterschied bei der Bassdrum vielleicht jetzt nicht ganz so dramatisch, aber vor allem die Kompressor-Schaltung bringen natürlich eine ganze Menge, denn ja, ich gebe es zu, die Signale werden auch ein bisschen lauter, aber insgesamt auch kontrollierter und insgesamt in ihrem Sound unterstützt. Die Snare, wie gesagt, mit dem Vocal-Setting, die Overheads mit dem Fast-Setting und auch wenn sie lauter werden, das Schlagzeug wird insgesamt homogener und man kann es genauso aufnehmen, wie man es im Prinzip gerne hören möchte. Die Vorverstärker waren alle gleich eingestellt, das heißt, wenn das Signal jetzt mit den Kompressoren ein bisschen lauter wird, ist das nicht so ganz fair, aber der Sound-Unterschied wird trotzdem klar und es wird auch klar, dass man natürlich so aufnehmen kann, wie man es hören möchte. Man muss also später nicht so viel nachbearbeiten bei den Drums, die jetzt ohne Processing aufgenommen wurden, ist der Unterschied schon, da muss man schon ein bisschen einsteigen mit Equalizer, mit Kompressor und so weiter und so fort. Der Aufwand scheint sich bei dem restlichen Schlagzeug tatsächlich eher in Grenzen zu halten und wir hören uns das Ganze nochmal im kompletten Mix an, eine Vorversion auf jeden Fall, auf die Björn getrommelt hat, also nicht auf die Goldwaage legen, aber man kann erkennen, wie das dann später mal werden wird. Ich mache mal das Solo aus und wir schalten dann mal zwischen den einzelnen Drum-Aufnahmen hin und her. Nochmal von vorne und los geht's. Fetzte auf, Nase in die Luft Spürst du es auch, die Sonne licht den Duft Ein leichter Wind in deinen Haaren Spürst du es auch, als wollt ihr sagen Macht euch auf den Weg, ihr müsst hier raus Ey komm, wir fahren einfach los Zitronen blühen sehen Im Sonnenuntergang am Wasser stehen Zähl jeden Stern am Firmament Bis viele Wolken sie verwehen Ey komm, wir... Super getrommelt, wie ich finde, das hätte ich nie so hingekriegt, deswegen ist es doch toll, wenn man hin und wieder mal mit einem Echten Drama zusammenarbeiten kann. Aber die Unterschiede auch, wenn ich zugebe, dass es nicht so ganz fair war, weil die Aufnahmen ohne die Presets von den Kompressoren einfach leiser sind, wird doch klar, dass man so vernünftig aufnehmen kann. Blatt noch die Frage, welches von den beiden ist denn eigentlich dein Favorit? Ich meine, man muss ja nicht jede Woche sich ein neues Audiointerface kaufen, aber ich finde, beide haben ihre Berechtigung. Wenn du nur zwei Mikrofon-Preamps brauchst und wenn du sagst, die 1176 Schaltung, die nehme ich mir später mal als Plugin einfach vor, dann ist dieses Audiointerface hier durchaus das Volt 4 für dich perfekt geeignet, wenn du mit dem kleinen Manko leben kannst, dass du nur einen Kopfhörerausgang hast. Dagegen das Volt 476P, ein All-in-One-Audiointerface, möchte man schon fast sagen, funktioniert an allen Geräten. Du brauchst nur eine Stromversorgung, das Kabel, wie gesagt, den Adapter nicht vergessen und dann kannst du überall loslegen. Und wenn wir hier drauf gucken auf die Preamps, auf die 1176 Schaltung, auf die Vintage-Schaltung, die natürlich hier auch für zwei Preamps drin ist, aber hier für vier dabei ist und so weiter und so fort und die beiden Kopfhörerausgänge, dann müsste ich mich schwer tun, mich zu entscheiden. Ich glaube, ich wäre beim 476P, weil ich hin und wieder auch mal größere Aufnahmen mache, wo ich vier Mikrofone brauche und wenn du mit weniger auskommst und vielleicht auf den 1176 verzichten kannst, beim Aufnehmen und ihn dann später bei der Aufnahme hinzufügst, ist das Volt 4 auf jeden Fall kein verkehrter Partner für dich in deinem neuen Tonstudio, wenn du planst, dein Audiointerface auf das nächste Level zu heben. Schreib mal deine Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was dich da erwartet und wenn du dich für das Video interessierst, was ich zum 276 gemacht habe, dann kann ich dir das hier nochmal verlinken, dann kannst du mal reinschauen und dich da nochmal weiter informieren, was die Vorteile von dem 276 sind, als es das 476P noch gar nicht gab. Also viel Spaß dabei, wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten wie immer nur das Beste, mach's gut und yesu!